Musik 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 Oh Alles gut bei dir? Nee, wollen wir jetzt gar nichts. Trotzdem, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Skylanders Wechsel mal zum Giant Skylanders wechseln mal zum Giant Ich glaube nicht, dass das ja auch geht Herzlich willkommen zum Giant, wir haben das Projekt gerade geändert Tadam Überraschung Überraschung wieder weg! Wer strahlt Kann's allemal So Weg kurz im Strahl Was? Skyländer Ich habe gerade einen Notruf erhalten Chaos Hat das Dorf immer Frühling angezündet Alle meine Leute sind in Gefahr Schnell Wir dürfen keine Das ist ein scheiß Name für ein Dorf Was wenn es am Herbst ist? Da ist auch Winter Nee, da ist immer Frühling Weeeee Weeeee Lalalala Pass auf die Trolle auf! Sie erwischen uns auch aus der Entfernung Ich werde wegwaschen Wegwaschen Düdelding Rette das südliche Dorf Mach weiter so! Es warten noch andere Bänder als das Loll war mit auch Rette das nördliche Dorf Wieso ist das nördliche Dorf So nah am südlichen Dorf Boah Sieht aus als wollten Chaos und seine Trolle Nägel mit Köpfen machen Skyländer Wir sollten uns beeilen Wirklich gute Show Skyländer Du hast das Dorf immer Frühling gerettet Aber es ist etwas zu heiß zum Landen Ich setze dich daher hier an Du musst Chaos höher loswerden Du musst Chaos höher loswerden Sie dürfen unser Zuhause nicht zerstören Wir müssen noch nicht verbreißern Mal ein Anlass in Ruhe oder? Naja Zu dem Geld hinzukommen In dieser Zone sind Skywader Des Gespäts Elementen sterben Aus dem Weg Was zu viel ist, ist zu viel Goal and Drohle und lila Feuer sind nichts für mich Immer erstmal zum Secret gehen, ne? Ne, natürlich Ein Tal Martina 100 Ein Tal Martina Ich bin echt nicht stark mit dem Siegt und verstampft Och nö Wir müssen doch erst rüber Sieg Ja Ah Cox Sieg 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 Aber geht es jetzt hier weiter? Ich hoffe. Nein, davon müssen wir jetzt noch was haben, wo wir von draußen holen. Oder von hier? Ist egal, wo wir rausgehen. Kriegst du was hin? Oh, 15 Sekunden. Das ist eine bessere Wasserbombe. Ich hätte gerne diesen Teil Martina. Dankeschön. Ich fühle mich wie zuhause. Gut. Dann haben wir das hier auch schon. Wie viel? 4 von uns? 5? Einer fehlt uns nur noch. Da ist das Level auch gar nicht mehr so lang. Ne, es kann immer schnell an den Teil Martina ausmachen. Der Sieger im Schwergewicht. Oh, da sind die Schatzkiste. Ja. 5 von 5 Schatzkisten. Yay, die Liste fühlt sich so langsam. Ja. Kleiner Halt. Den haben wir auch schon so Ewigkeiten nicht mehr. Mir hast du einmal gezeigt, glaube ich. Warum sagt ihr immer mal wieder Lightcore? Weil das Lightcore ist. Das ist die Special Edition. Ah, weil der so leuchtet. Ja. Ich hab das ausgebessert. Immerhin. Ja. Wie schön hier zu sein. Oh, hier sind die komische Eulen. Ich darf mich bloß jetzt kein einziges Mal treffen lassen. Wieso? Weil ich Level 1 bin. Level 2. Das ist... Was denk ik? da oben ist übrigens noch eine Seelenstab wie random, aber wie cool Stufenaufstieg das sieht richtig cool aus ja, hat zum Beispiel was von diesem Donkey Kong Schattenlevel ja, die Leute so altes Schattenlevel ja, die sind auch irgendwie Schatten ja aber das Teleportieren von mir ist ein bisschen weird was? weil ich mich damit teilweise unter die Map-Bugge das blöd oha du darfst yeah, 30% äh 33% Rabatt ja aber guck mal gibt's hier vielleicht noch her ne 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 das wort ne 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 der nächste den stein für mich geht ja doch da ist der eis zahnrad der auswärtserfolg das ist ein bescheuerter ich soll mit zweit am meisten essen will hier sein essen ja nur nicht gegen so ein fass laufen so ich finde den kann man gut ausweiten die andere kombination steht dahin ja aber da will ich den hut loswerden ja ich will das fette hässliche hähnchen loswerden das auch gar nicht unauffällig ist und klein das war ja mal richtig bescheuert das ist so diesmal galaxy prinzip das ist nicht zu schnell sein hallo wobei ich jetzt hingeführt ich muss schon durch den todeslaserweg zurückgehen die sind fast dann schnell 80 nicht aus stage 1 geschafft es gibt kein essen das ist heavy ich mach dir das Licht aus so weit es wieder ankommt das acele will. Kurz ein wenig fluchen. Lauf mal da her. Aber ich glaube, ich weiß, wo du her musst. Wo? Da. Mhm, dachte ich mir doch nämlich schon. Hä? Hä? Geh dann auch erstmal weiter. Oh, auf die anderen beiden der Fläder dahin drauf. Vielleicht kommt da im Nachhinein noch irgendwas. Ja, das meinte ich, gefällt es mich aber auch. Ja, Spannung pur. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Arbeite gut. Oh Gott. Das ist spannend. Damit passiert ja eigentlich gar nicht was. Ja, hättest du dich am Anfang nichts auftreffen lassen? Das ist halt ein bisschen ungünstig. Sagen wir es mal so. Licht aus, Licht aus, Licht aus, Licht aus, Licht aus, Licht aus. Danke schön. Bitte. Die Laser sind dabei leider nicht. Nee. Achtung, da kommt das Licht wieder. Was? Die Frage, in welche Richtung geht's? Nicht den großen roten Knopf drücken, Jan. Nur nicht den Bruder. Ich hab's nicht. Sag, sobald ich was Licht aushaben willst. Hm. Jetzt noch nicht. Sorry. Jetzt schnell und soll. Was zuletzt geht. Bleibt einfach. Jetzt hätte ich mich gerne aus, aber gut. Ja, ja, ja. Wir warten einfach kurz im Zyklus. Ich finde auch schön, wie die Musik dann ausgeht. Selbst die Laserstrahlen hörst du dann nicht mal. Ja, perfekt. Das Wurst. Ja. Uh. Yes. Ein Neun Hut. Der war gemein. Die war gemein. Die war gemein. Die. was? Was? Die sind nicht so kaputt. Was? Diese Teile? Nein. Nach dem Level reicht es dann aber auch. Wir müssen wissen, wir haben heute schon zwei ganze Podcasts aufgenommen. Ich glaube, ich bin auch jemanden etwas stärkeren. Weil wir sie noch nicht im Kampf gesehen hatten. Ja. Doch. Letzte Folge. Ja, okay. War es das jetzt schon an den Gegnern? Ich glaube. Ja, das ist auf jeden Fall wieder schon das Polizeischiff. Genau. Das Feuerschiff. Ach so. Und warte geht's. Mein Licht geht voraus. Ich will auf jeden Fall noch einen Dalmatiner. Das ist so aus dem Skyländer des Wasserelements stärker. Weil so viel Feuer ist nicht Feuer stark? Hm. Ne, Wasser ist stark. Scheiße. Die haben ja wirklich Pokémon analysiert. Hast du fast nicht von vorhanden. Ah, gut. Ne, da unten. Oh? Wo? Ne, da unten ist nichts mehr. Da unten ist ein Seelenstrand. Da hinten ist ein Seelenstrand. Aua. Stop. Wir warten den Seelcycle ab. Go, go, go! Go, go, go! Und wer ist es? 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 Nicht erkennen! Oh! Karma. Haben wir die? Ne... Ne... Ne. Ganze! Ein sehr cooler Skylander, hätte ich den bekommen, ich hätte den noch have ich bekommen, Mir dürfte das doch eigentlich nichts Ach ne, es ist fissioniertes Feuer, da war ja was Das ist ein Unterschied, Dodo Wie auch immer, man Feuer fissioniert, egal Das ist eine philosophische Frage Gibt's auch gutes Feuer? Bin ich gutes Feuer? Kommst du, denn hier ist Heilung, bitteschön Danke Was tust du? Small oder Dishes zwar übelst stark, aber ich hab auch keine Ahnung, wie ich vernünftig mit ihr kämpfe Uns klappt ja aber noch nicht genug Level und HP Los Dankeschön Wohin wollen wir denn gehen? Was, nach oben? Aber jetzt ist das Geld mit dem Na, irgendwann hat gesagt, gehen wir Ja, nach oben, frag dich nach hin Wohin? Ich glaube, hier ist das Ende Das Levels Ja, weiter nochmal nach rechts, muss ich noch ein Dalmatiner sein Jetzt steht uns nichts mehr im Weg Shit, wo ist der letzte Mal ein Dalmatiner? Egal Was fehlt uns denn noch? Die Trifftrolle Und der Dalmatiner Shit! Ach, warum will ich damit zielen? Macht keinen Sinn Wir haben sie Was genau tust du da? Bessern Oh Bossfall gegen Chaos Das ist doch Chaos da direkt vor uns auf Blüte Mach dich bereit von geordneten Chaos erledigt zu werden! Das ist natürlich dämlich bei allen in einer Linie fliegen Ja, passiert Oh, Chaos Sehr gut, Skylander! Der Geist ist sicher, aber Chaos will fliehen! Wir können ihn ein für alle Mal kriegen! Hahaha Ja, ja Lachen wir weiter Wie man entkommt Chaos? Die Trifftwecke Der muss Oh, lol Das heißt, ich habe Angst in der Nacht Schaß, die kann XP geben. Chaos ist in Reichweite. Triff ihn mit den Werfern. So, das ist jetzt der finale Bosskampf. Ist das echt der finale Bosskampf? Nein. Mensch, das wäre der finale Bosskampf. Das wäre ja mal super lame. Du, äh, links nicht rechts. Du, äh, kommst uns nicht mehr. Das war's. Ja, und steht halt ein Dermatina und die Schriftrolle. Schade, nicht schlimm. Egal, holen wir dem 100% Streams nach. Es gibt noch mehr Grund zur Freude. Eine neue Generation wird uns anführen. Begrüßt unsere tapfere Tessa als neue Häuptline. Die Feier kann beginnen. Lasst mich los, ihr Narren. Oder ertragt den unendlichen Form von Chaos. Ich hasse Blumen. Wow, Mann. Das wird sicher super. Dann fehlt jetzt nur noch... ganz recht. Der Spezialvulkan-Bumm. Oh, oh. War ich das? Ha, 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 ha. Meinen Glückwunsch, Skylander. Und wieder habt ihr einen der völlig übertriebenen, windigen Pläne meines Sohnes durchkreuzt. Weil der Mars ganz schön streng, was? Meinst du? Aber es ist noch lange nicht vorbei. Hey, was zum... Das da! Hey! Bringt sie sofort wieder her! Ausgeschlossen. Wenn ihr sie zurück wollt, müsst ihr sie euch schon holen. Meine Güte, wie schrecklich. Ich kann nicht glauben, dass sie Tessa haben. Oh nein! Geld trinkt. Ah, dafür ist noch Zeit. Ganz schnell. Das ist eine Falle. Pff, es ist eine Falle. Aber wo sie zurück... Und ich ertrage den Gedanken nicht, dass ihr etwas zustößt. Sie haben sie bestimmt zu Chaos-Festung gebracht. Am Rande von Wolkenbruch. Begib dich so schnell wie möglich zu Flynn und Scharpfin. Tessa zählt auf dich. Äh, nee. Wir machen erst noch den Geldtrick. Ja, wir machen den Geldtrick und dann gehen wir. Ich muss ins Bett. Das muss man über dieses Mal in der Wasser-Wasser-Kulie. Irgendwie habe ich ein Déjà-vu. Das ist am Anfang der Folge. Vor drei Folgen. Äh, meine ich ja. Für uns war es am Anfang. Heute gibt es übrigens eine längere Folge. Nur damit ihr wisst. Das ist... Das Ding hat sich komplett verändert. Das Ambiente, ne? Fee. Wo denn? Siehst du das nicht? Das ist viel matter geworden ist alles? Nein. Ist es? Ja, ist es. Die Farben haben sich total verändert. Haben sie? Ja, haben sie. Echt blind. Ja. Du müde. Du müde, du schlafen. Ich bin auch schon fast Level 10. Ja. Die Musik ist anders. Ja, das auch. Aber die ganze Farbe ist anders. Seit der Cutscene. Das arme Schaf kommt immer wieder. Du kriegst immer wieder was ab und refft wieder vor dieselbe Stelle. Oh. Ja. Um dann wiederzukommen. Scheint ziemlich blödes Schaf zu sein. Oh. Und wieder zurück. Sprich mit Schaf zu finden. Hallo Skylander. Hallo. 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 Ja, bin ich. Was stand da? Ich habe ein kritischer Schaden erhöht. Oh, und zusätzlich Froschaden. Oh, das ist cool. wird nicht unterbrochen mit das ist sehr schön okay da muss ich noch mal fertig weiß ich gar nicht die fehler noch zwei ganz verwässerung bei dir lohnt sich der geld ich dann auch noch ein drittes mal ja wird das geld oben oder unten gespeichert bessere teleportation mehr schaden teleportation bewegt mehr schaden ja wenn du raus hast du sondern vielleicht damit das habe ich mir das ich mache das auch cool während ich bin aufgeladen dann habe okay bis zum nächsten mal tschüss ha 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020